Herzlich Willkommen beim Mediale Energetik Podcast. Ich bin Oliver Areny, medialer Energetiker und Astrologe aus dem wunderschönen Linz und es freut mich, dass du heute dabei bist. Ich möchte heute mal über Solidarität aus der energetischen Ebene sprechen und warum Solidarität meiner Meinung nach zwar als Konzept funktioniert, aber nie auf allen Ebenen umsetzbar ist. Solidarität an sich bedeutet ja der unbedingte Zusammenhalt aufgrund gleicher Anschauungen. Das heißt, man hält mit jemandem zusammen. Es ist etwas solide, etwas fest aufgrund von Überzeugungen. Wir haben eine gleiche Überzeugung und deshalb halten wir zusammen und dann sind wir solidarisch. So und jetzt ist ja natürlich Solidarität vor allem durch die ganzen Propaganda-Geschichten auch der Regierung ist ja jetzt in jeder Munde. Also man ist entweder solidarisch oder unsolidarisch. Und der Akt der Solidarität ist ja einfach dieses dieser Zusammenhalt durch einen Piks. Und wenn du nicht dich piksen lässt, dann bist du einfach nicht solidarisch. Denn das Ziel der Guten, der Braven, der solidarischen Menschen ist ja natürlich und das ist die Mehrheit. Denn die Mehrheit hält ja zusammen in diesem Land. Natürlich hält sie zusammen, denn sonst wären wir ja in der Anarchie. Dann würde sich auch manches politisch automatisch ändern müssen, logischerweise. Aber die Guten, die Braven haben also dann diesen Schritt gemacht, haben sich und andere geschützt und sind deshalb solidarisch und alle anderen sind unsolidarisch. Nun, und jetzt stellt sich für mich einfach mal die Frage jetzt aus dem Energetischen heraus. Als jemand, der seit über 20 Jahren mit Menschen arbeitet und Einzelcoachings hält, gibt es denn so etwas wie eine übergeordnete Solidarität? Also gibt es etwas, wo man sagen kann, okay, da ziehen wir alle am gleichen Strang. Und meines Erachtens nach, und das ist jetzt vielleicht etwas provokant, aber meine Meinung ist einfach, es gibt in dem Sinne eine Solidarität auf allen Ebenen gar nicht. Dazu sind die Menschen zu facettenreich. Und je stärker man versucht, im Außen eine zusammenhaltende Gemeinschaft, Glaubensgemeinschaft zu formen, umso mehr werden sich Schatten bilden, wird es Abweichungen geben von diesem Kurs, weil es einfach der Lebensenergie entspricht, der Dualität entspricht. Und da habe ich ja schon öfter mal Videos drüber gemacht, dass es immer im Außen mindestens einen Gegenpol gibt. Das heißt, zu Licht gibt es Schatten oder zu Plus gibt es Minus, zu männlich gibt es weiblich, es gibt immer Gegenpole. Und deshalb ist es meines Erachtens nach nicht möglich, wirklich Solidarität auf allen Ebenen hinzukriegen. Es wird aber immer jemand anderen geben. Wenn jeder die Einstellung hätte, die du jetzt hast, egal wie die auch ausschaut, dann würde die Welt stillstehen, dann wäre alles eins, dann gäbe es keinerlei Bewegung, dann gäbe es keine Lebendigkeit, dann gäbe es keine Wachstumsmöglichkeiten. So sehr du auch auf Solidarität klopfst. Und dieses Feste, dieses Zusammenhalten, dieses Solidarische entspricht meiner Meinung nach nicht der Natur des Menschen. Wir können uns auf Aspekte einigen und bevor du jetzt gleich sagst, ja der spinnt ja, aufgrund dieses Solidaritätsprinzips funktioniert ja so vieles, natürlich funktioniert einiges auf Solidaritätsprinzip, aber der Mensch halt nicht. Und wir können uns darauf einigen, wenn ich sage, ich gehe zum Beispiel Versicherungspolit sein, natürlich, die funktioniert auf dem Solidaritätsprinzip. Alle zahlen ein, einer kriegt was raus, weil immer ein gewisses Depot an Geld da ist. Ja, da können wir uns einigen, das ist ein gewisser Bereich, aber wir werden es nicht schaffen, auf allen Bereichen eins zu sein, zusammenzuhalten. Und das ist etwas, wo ich glaube, dass wir auch in dieser Zeit erkennen sollten. Denn diejenigen, um es jetzt nochmal von den Demonstrationen her zu sehen, da gibt es die bösen Demonstrationen mit den Fahnen und Pfeifern und die sind laut und dann gibt es eine Gegendemonstration, die Yes-We-Care-Bewegung und die sind halt ruhig und zünden Kerzerl an. Und die einen sagen halt, wir sind solidarisch und die anderen sind halt nicht solidarisch. Aber nachdem da überall Menschen gehen, gibt es ja da auch Solidarität, halt nicht untereinander, aber in der Gruppe selber, also nicht in den Polen, in den Extremen, aber in der Gruppe selber. Und das ist auch meine Beobachtung. Man kann auf einer gewissen Ebene solidarisch mit jemandem sein, aber nie auf jeder Ebene. Das ist so meine Beobachtung. Das heißt, es gibt gewisse Dinge, wo man mit Menschen gleich schwingt, aber dann auch wieder nicht. Und ich glaube auch nicht, dass es das Ziel ist, dass jeder Mensch gleich schwingen sollte. Sollte jeder seine Eigenverantwortung haben und dann gibt es halt Freunde, Partner, bekannte Gruppierungen, wo man übereinstimmen kann und dann bei manchen Dingen eben wieder nicht. Und wenn du in einem Verein bist, in einem Sportclub bist, irgendwo, dann gibt es sicher auch bei dir die Beobachtung. Ja, im Sport verstehst du dich vielleicht gut mit jemandem, aber privat dann nicht mehr so gut. Oder im Kulturbesuch verstehst du dich gut, dann aber halt nicht mehr. Und das heißt, es gibt immer so begrenzte Solidaritäten, möchte ich mal sagen, wo etwas gleich schwingt, aber dann eben wieder nicht. Und dieses Wort Solidarität dafür, eine gewisse Agenda zu nutzen, als Propagandamittel zu nutzen, halte ich für bedenklich. Ich würde nur jeden ersuchen, der mit dem Wort Solidarität oder Unsolidarität um sich schmeißt, einfach mal innezuhalten und einmal zu prüfen, auf welcher Ebene bist du denn wirklich solidarisch. Auf welcher Ebene bist du solidarisch und mit wem bist du solidarisch? Und mit wem bist du dann vielleicht nicht solidarisch? Und ich garantiere dir, egal welcher politischen Bewegung du angehörst, egal welcher religiösen Richtung du dich angehörig fühlst, egal welcher medizinischen Meinung du dich angehörig fühlst, du wirst immer Gegenpole finden. Aber vielleicht sollten wir aufhören, gerade in dieser Zeit, alles andere als nicht solidarisch zu betrachten. Und vielleicht ist dieses Leben und Leben lassen der stärkere Zusammenhalt und die Basis, dass etwas wieder zusammenwachsen kann und dass jeder das bitte tun soll, für was er richtig achtet. Solange er sich selbst und niemand anderen dabei verletzt, denke ich, kann jeder frei bestimmen oder frei sein. Und wenn man ehrlich ist, ist man wahrscheinlich weniger solidarisch, als man glaubt. Und die, die am lautesten Solidarität rufen, sollten es einmal am meisten prüfen, wie solidarisch sie wirklich sind. Wie fest, wie eingefahren ist man eigentlich? Aus meiner Sicht, aus der energetischen Sicht, sind wir alle unendlich facettenreich und unendlich schillernd und deshalb gibt es manche Bereiche, wo wir übereinstimmen können, aber auch viele, wo wir nicht übereinstimmen. Aber das letzten Endes, wo wir übereinstimmen, da kann natürlich etwas Neues, etwas Großartiges wachsen, aber dort, wo wir nicht übereinstimmen, sollte halt nicht eine Kluft entstehen oder eine tiefe Feindschaft entstehen, so wie es halt jetzt dann passiert überall. Ich lade dich einfach ein, so wie es in der Bibel steht, wer von euch frei von Sünde ist, der werfe den ersten Stein, wer von euch frei von Sünde ist, wer von euch hundertprozentig mit allem solidarisch ist, der nenne den anderen unsolidarisch. Ja. Das wär's für heute mal. Was hältst du von diesem Thema? Wie siehst du diese ganze Sache? Es ist mir schon klar, dass das ein bisschen ein heißes Eisen ist, aber ich denke, dass es mal ganz gut ist oder mir war es mal wichtig, darüber zu reden, sagen wir mal so. Gut. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lass mir einen Daumen hoch, da abonniere den Kanal, schau mal auf meine Homepage. Es starten wieder coole, richtig tolle Kurse. Diesen Sonntag der Kurs Geld und Lebenskraft. Nächste Woche startet die Ausbildung Mediale Energetik. Also da kommt einiges auf dich zu und du kannst natürlich überall noch buchen. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Alles Liebe aus dem wunderschönen Linz. Dein Oliver Erini. Bis nächstes Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.